Hi Di Ho und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII KSK Ja im letzten Part haben wir ja die Butterfestung der Overt und wir haben noch, ja schon haben wir eigentlich momentan noch nichts gemacht. So, ja wieso ich so lange keine Parts gemacht haben, das wisst ihr, ihr soll es im Info Video kennen. Ich hoffe Leute, dass ihr das jetzt alles aufnimmt, weil das jetzt mein vierter Versuch ist und ja, ich hoffs, dass ihr das jetzt wirklich alles mit aufnimmt. Sollte die Maus jetzt zum Weg gewesen sein, sorry. A Summit? Who called it out? Ähm, ja, um zu Info zu sagen, er ist eigentlich ein leichter, wenn man es richtig kommt. Wir haben ja übrigens im letzten Part ja den Feuerring bekämpft und dadurch, ähm, werden seine Attacken ein bisschen geschwächt. Ja, also wie gesagt, im letzten Part haben wir ja den Feuerring noch bekämpft und ja, sollte er dann auch in der nächsten Zeit mit seinem Ulti, äh mit seinem Ulti, mit seiner, mit seinem Limit kommen und ja, haben wir natürlich einen Vorteil, dass es nicht zu viel Schaden macht. Ja, ja. 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 Das hai. Ja. 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 Ja, also. War das einfach so. Das ist ein Aspel, das ist ein Aspel. Das ist ein Aspel, das ist ein Aspel. Das ist ein Aspel. Das ist ein Aspel, das ist ein Aspel. 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 Aber wir werden das im ersten Action-Partner machen. Jetzt sehen wir, wo der Matrix hinzugefügt. Das werde ich jetzt gerade ein bisschen überspringen. Weil das hat jetzt mit den Dingen eigentlich nichts zu tun. Das ist nur wegen der Mail. Und das sind, was ich jetzt bekomme. So. So. Dass das auch weg ist. Okay. Dann holen wir uns mal das ab. Und. Ja. Wie vorhin schon gesagt. Müssen wir ihn gegen manche S-Bards-Rommel-Tempen. In unserem Fall. Gegen Eifrit nochmal. Dass man ihn. Ja. Verschwören kann. So wie immer so. Dig Kokon pretty. Wenn ich einen einfachenberryeruse тебя ga. Das werde ich eins von einer LAN zu gesehen habe. Alles gut. Goyenc fitzizzieren. Du hast ihn 안 Oh ja, du hast sie nicht das. Dann holen wir uns. Mit der Telefon wie ein! Na ja Stufe 1, na ja. Na ja, hat echt fast 500 gemacht dauer. Na ja, komm. Das brauche ich nicht mehr zu sagen, das wird es dir schon wieder so ausschauen. Ja, ach komm, als könnte der so einen Kreis hüpfen. So, immer schön draufhauen. Weil im Prinzip gibt es da nichts anderes als bei einem anderen Kampf. Den muss man ja dafür auch gehabt haben. Na ja Stufe 2. So, immer schön draufhauen. Und das war schon. Da-dum-da-dum. Ah ok, nochmal an der Stelle. Wir haben einen kleinen Cut und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 7 Quasus-Kar wieder. Und ich wünsche euch bis dahin wie immer viel Spass. Und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 7 Quasus. Und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 7 Quasus. Und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 7 Quasus. Vielen Dank.